Nächster Redner ist der Kollege Tino Choppaller, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute, lassen Sie mich zu Beginn eine Feststellung machen und allen Vorrednern auch dahingehend recht geben. Russland hat die Ukraine angegriffen und wir haben wieder Krieg in Europa. Das bestürzt mich als Politiker, Bürger Deutschlands und als Familienvater zutiefst. Fest steht, dass die Konfliktursachen mindestens acht Jahre zurückliegen und komplex sind. Es darf in diesen Tagen aber nicht unser Ziel sein, den Einschuldigen auszumachen. Wir müssen die Diskussion auch dahin zur Lösung zu einer gemeinsamen Zukunft leiten. Im Mittelpunkt sollten jetzt genauso Deutschland und seine Bürger stehen wie auch die Rolle der europäischen Staaten und Völker. Und, meine Damen und Herren, Russland ist ebenso Teil dessen wie die Ukraine. Und, Herr Lindner, es gibt immer Hoffnung, auch Hoffnung in einem Krieg. Und Russland ist ebenso wenig Wladimir Putin, wie Deutschland Frank-Walter Steinmeier ist. So einfach ist das nicht. Und wir dürfen gerade in diesen Tagen Russlands Beitrag für Deutschland und Europa eben nicht vergessen. Auch dadurch wurde vor 32 Jahren die deutsche Einheit ermöglicht. Untermauert durch den Abzug russischer Truppen im Jahr 1994. Dem müssen wir Respekt zollen. Und das sage ich ganz bewusst auch aus Ostdeutschland. Wir danken Russland bis heute dafür. Liebe Kollegen, Schuldzuweisungen und Schuldzuschreibungen erzeugen keine Lösung, sondern heizen den Konflikt immer weiter an. Vielmehr stimme ich allen Rednern zu, die sich für Deeskalation, Entschärfung in Worten und Taten stark machen. Und ich rufe selbst zur Mäßigung auf. Wir alle wollen Frieden in Deutschland und Europa. Und deshalb, werte Bundesregierung, versammeln Sie bitte alle Partner am Verhandlungstisch. Verlassen Sie den Denkkorridor des Ost-West-Konfliktes und skizzieren Sie eine gemeinsame Zukunft des europäischen Kontinents. Dafür müssen wir im Dialog bleiben. Mögliche Lösungen setzen Zugeständnisse auf beiden Seiten voraus. Und, Herr Scholz, Sie haben heute leider den Kalten Krieg reaktiviert mit Ihrer Rede. Das muss ich so deutlich sagen. Leider sehe ich in einem Moment, und das habe ich in den Vorreden alle schon gehört, einen Überbietungswettbewerb am schnellsten und am effektivsten, die Brücken nach Osten abzubrechen. Zum Beispiel die Geldströme oder Nord Stream, wie Herr Bundeskanzler Scholz das möchte, oder Verkehrswege, sodass Aeroflot nicht mehr landen darf. Und da muss man wirklich die Frage stellen, wem nutzt das? Wem nutzt das und welche Folgen erkaufen wir uns damit? Und, Herr Merz, Sie haben von Interessen gesprochen. Welche Interessen Sie verfolgen, das wissen wir alle. Deutsche Interessen sind es definitiv nicht. Und wir müssen fragen, welche sozialen Folgen hat Ihre Politik für die deutschen Bürger? Diese müssen schon jetzt überall mit steigenden Preisen leben lernen. Stichworte Benzinpreise, Heizkosten, steigende Inflation. Denken Sie bitte auch daran, welche Signale Sie den nachfolgenden Generationen geben. Wollen Sie allen Ernstes die Bundesregierung sein, die wieder Soldaten in einen Krieg gegen Russland schickt? Das lehnen wir ebenso ab wie die Lieferung von Waffen in Kriegsgebiete. Werte Kollegen, wir als Deutschland in der Mitte Europas sind leidgeprüft. Und gerade wir könnten mit unseren Erfahrungen eigenständig und selbstbewusst für ein stabiles, sicheres Europa aufdrehen und neutral in diesem Konflikt vermitteln. Und deshalb rufe ich der Bundesregierung zu, planen Sie nicht, wie wir Beziehungen verschlechtern, sondern wie wir von Wladivostok bis Lissabon Wohlstand, Sicherheit und eine friedliche Koexistenz aller Nationen garantieren können. Wir brauchen Stabilität. Es darf auf keinen Fall darin münden, dass Sie schon jetzt die nächste Migrationswelle planen. Wer wie wir die Ukraine als eigenständigen Staat betrachtet, muss sich auch für diesen einsetzen und nicht dessen Destabilisierung begünstigen. Meine Damen und Herren, bei allem Streit für das Gute entpuppt sich eine scheinbar klare Position für Freiheit und Demokratie auch mal als Sackgasse. Der Chef der Münchner Philharmonika, Valery Gergiev, soll sich von russischer Politik distanzieren, weil er Russe ist. Ich weiß nicht, Herr Merz, ob das für Sie auch ein Repräsentant ist. Er soll sich bis Montag entscheiden, ansonsten wird sein Arbeitsplatz gekündigt. Ist das ein Einzelfall oder werden bald alle russischen Bürger in Deutschland in Sippenhaft genommen? Das ist wirklich unfassbar. Und diese Forderung stammt vom sozialdemokratischen Oberbürgermeister Münchens Dieter Reiter. Ideologiegetriebene Cancel Culture für Freiheit und Demokratie. Und wie ist dazu die Position der Bundesregierung vor Staatsministerin Roth? Wen glaubt man denn damit zu treffen? Das ist reine Machtsymbolik und unangemessen. Die Zeiten, in denen Auge um Auge, Zahn um Zahn galt, sind vorbei. Meine Damen und Herren, ebenso wichtig wie die deutsch-französische muss die deutsch-russische Freundschaft sein. Gegenseitige Achtung und Respekt sind die Grundlage für eine gemeinsame Zukunft. Stabile Verhältnisse auf einem europäischen Kontinent sind dabei in unserem Interesse. Ein neues Wettrüsten lehnen wir ab. Und deswegen diese 100 Milliarden, Herr Scholz, das ist wirklich irre. Als Fraktionsvorsitzender und Bundessprecher der Alternative für Deutschland werde ich mich persönlich weiterhin für den Dialog mit allen Verhandlungspartnern und für den Frieden einsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.